Mein Name ist Marc Becker, ich bin Projektleiter bei der Stelz die Elektrotechnik. Wir sind hier im Inselgasthof Nass. Wir sanieren hier den kompletten Betrieb. Wir bauen die Hotelzimmer um, haben den Gastraum hier schon teilweise fertiggestellt. Die Herausforderung hier in dem Bereich ist, wir sanieren den kompletten Gasthof im Betrieb. Sprich, wir müssen uns auf die Zeiten beschränken, in denen wir arbeiten können und dann auch frühzeitig die Arbeiten einstellen, damit die Gäste weiter ihr Erlebnis haben können im tollen Ambiente hier. Wir haben den Bereich hier schon fertig gemacht. Wir haben neue Leuchten installiert. Wir haben eine Verschattung an den Fenstern automatisiert. Wir haben eine komplette Automatisierung eingebaut. Im Bereich der Theke gibt es eine zentrale Steuerung, von der aus alles hier gesteuert werden kann, um den Betrieb möglichst einfach zu gestalten und auch sicher. Dadurch, dass wir überall LEDs eingebaut haben und die ganzen alten Leuchten saniert haben, ist natürlich die ganze Sache auch in Hinsicht Energieeffizienz deutlich besser geworden.